und wollen wir mal sehen was machen wir heute noch nicht herr ding da war das hier ja das war genau hier das ist noch immer das erste woran ich jeden morgen nach dem aufstehen denke ich muss weiter nein wie ich immer schon ein paar mal gesagt nein die frage ob wir die noch finden werden oder ob man die alle eingestammt hat ich weiß gar nicht bin ich hier richtig jetzt wir können den night runner links da aktivieren falls das noch nicht geschehen ist ja das muss das explodiert hier was machen die da unten und kaya wird herkommen ja das ist jetzt weil ich ja hier so jetzt kann ich was ein schönes spektakel nicht wahr wir haben die night runner gepennt ja windig und nass das hätte man ja sich auch noch beschmiert gegen hier alles drum und drinnen machen können als nur an eine sonne wand mit so einem kaffee becher und das wird niemals die ganze nacht halb wenn überhaupt wo müssen wir jetzt hin wie die anzeige da drüben ach so ja die kirche haben wir aktiviert welche wollen wir gar nicht dass da das ist ein trampolin trampolin Das war's. Jetzt bist du dran. Au. Du kannst aber wunderbar Spakat machen. Au. Okay. Bist du bereit, Arschloch? Tja. Warst du bereit für mich? Die Mühle haben wir auch noch nicht. Wichter. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Die Ausdauer waren nicht mehr da. Das ist gar nicht wie, was ich jetzt hier machen soll. Die Ausdauer waren nicht mehr da. Okay, jetzt habe ich es gesehen, was ich machen muss. Okay. 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 Auch mehr Ausdauer oder besseres Timing auch. Hey Fox Commander, alles klar? Ja, bei mir ist soweit alles klar. Entschuldige, als ich dich jetzt eben zu spät gelesen habe. Ich war eben hier so konzentriert auf das Ding hier. Wie geht's dir? Mist. Und nur noch ein Aufpauschmittel für die Ausdauer. Verdammt. Mist. Zu spät. Oh, ich freut mich zu hören. Ah, Dreck. Verdammt. Ja, toll. Super. Ja, toll. Ja, super. Und die Zombie springen sich gegenseitig wieder gelockt. Ach, ich hatte gerade richtig Bock drauf zu sterben. Bin schon lange nicht mehr in dem Spiel gestorben jetzt. Also. Und ich dachte, ach, der gute Fox kommt vorbei. Da zeige ich mal, wie schön ich sterben kann. Ich glaube, ich muss den Enterhaken noch irgendwie upgraden. sich rauszweifeln. Heiliger. Nic. Ja. Ja, ja. Ja. geht man denn so mit leuten um die heute buchen kommt du wolltest mir das zeigen dass du ernst machst wenn du damit zeigen willst du es ernst meint indem du deine gliedmaßen abkennen lässt dann hast du mich aber wirklich grundlos enttäuscht und tiefs enttäuscht machst du nicht wieder das neue update ist super geworden was war dann jetzt habe ich jetzt irgendwas ja ich weiß aber sagt das nicht mehr sagt es eben er ist derjenige sich hier die ganzen hemmstoffe und die aufputschmittel reinpfeift und zum teufel spricht hat er schon wieder welche erkannt hallo man setzt lieber deine machte auf du siehst ja grauenhaft aus sagte du hast die maske auf das noch nicht in tod stürzen wird man kopfkopf wusste gar nicht ich wusste ja nicht dass niemand zu hause ist jetzt bin ich wieder hier ich wäre erst mal das ding updaten bevor ich das nochmal wahl funktioniert irgendwie doch ich müsste das doch funktionieren ich meine es muss nur das richtige timing sein von hier rüber hoch und dann darüber und darüber nach darüber und von darüber dann wenn das ding ist darüber geht weiter gut jawohl er sagt es denn mit sehr viel ruhe und geduld haben wir das auch geschafft ja fox was ich noch sagen wollte ich habe ja was die part angeht von deinem leid 1 das übertroffen bei deinem leid hat für die haupt story 58 gebraucht also für die hauptsache und nicht für die wie das add on und hier bin ich jetzt schon über 70 schon lust denen die ich jetzt gerade mache ich bin schon mal gespannt ob ich die parts rekord und geht ja fünf auf meinen kanal übertreffen würde mit 199 so das windrad haben wir auch geschafft da drüben ist das was wir auch wollten weiter hoch ob man doch nur aufs dach mann was schlagen du noch nicht mal aufs dritten dach drüber naja immerhin das hat winken geklappt ok sehr schön oh ja kommt zu daddy ach nur einer schade so und wieder öffnen jawohl gib her das gute teil ja also gta gta 5 ist bisher mein längstes projekt gewesen weil das ist das erste open world spiel was ich ja erst noch mal als let's play gemacht habe natürlich habe ich das nicht kommentiert sondern einfach nur so gespielt gleich wird hier dein leidmann 2 längstes wenn es nicht das übertreffen tut ne gedacht 122 199 leider hat es nicht für den 200 partner bei gta gereicht da war die story vorbei ja das ist nur mit so einem nebenbei mission noch auffüllen können aber das war mir irgendwie zu doof ok was haben wir als nächstes noch oh ja das ist nass nachts nicht nass das nicht hatte ich das nicht vorhin gemacht das war doch dieses lager hier ja das ist das haben wir doch eingenommen warum steht das dann immer noch in der liste drin dass ich das noch nicht gemacht hätte ja sind doch noch nicht alle bugs seitlich aber wenigsten die größten bugs sind jetzt wenn die untertitel sind jetzt wirklich bisher bisher ist mir noch nichts wieder aufgefallen dass das irgendwas anders stand als was gesagt wurde ob jetzt ja auch die audio bugs jetzt weg sind das kann ich bis jetzt noch nicht sagen da müsste ich noch mal das spiel noch mal von vorn noch mal starten und gucken ob man jetzt die charakter am anfang dann auch noch richtig komplett ohne ohne unterbrechung hören kann ja das liegt ja auch mehr daran weil ich in letzter zeit viel dazwischen gekommen ist weil ich das ja online weiterspielen möchte und dann kam auch noch dazu dass ich meine festplatte voll war und ich musste dann welches abarbeiten sonst ja damit ich wieder platz habe weil diese hochauflösenden videos sehr viel platz fressen also im rohen zustand und das tolle ist ja hier ich habe mich ja immer gewundert dass diese überleben lebensanzeige ja diese diese impuls da sie sich ja das hier die dieses ding hier was man ja auslöst um die umgeben abzuscannen das hat irgendwann immer aufgehört zu funktionieren und ich habe da ist das ein bug dass man das war nach einer gewissen zeit nehmen dann habe ich irgendwie das gefühl gehabt es ist so fast so als würde man nur eine begrenzte naja energie nur zur verfügung haben um das zu machen du musst dann warten bis das wieder aufgeladen ist aber man hat nirgendwo das gesehen und jetzt in den text not von dem update stand da wirklich drin dass das ein cooldown gewesen ist den man jetzt beseitigt hat jetzt kann man das ohne 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 unterbrechung benutzen ich bin ein peacekeeper und sie küsst mich genau ja der überlebende bleibt einfach hier stehen obwohl hier die banditen sind ich habe erst gedacht das sind alles überlebende bist du nicht dieser peger du musst nicht zu schreien okay ich stehe genau vor dir was willst du von mir was ich sagte du schreist mich an ich scheiß dich gar nicht an pilger was wovon redest du hör einfach auf mich anzuschreien ach tut mir leid ich höre ein bisschen schlecht na jetzt kapiere ich es ich bin piet ich sollte das lager der abtrünnigen infiltrieren ich bin auf einer mission von jack höchstpersönlich wenn ich einen überlebenden rette der entführt wurde da machen sie mich zum peacekeeper aber ich habe angst überrascht mich nicht also dieser abtrünnigen ich habe angst vor denen ich habe angst dass ich mit meinem gehör was verpassen und das grauenhaft versemmel die habe ich schon beim nachschub ausgeschmissen ich bin den lader gefahren habe mich gehört als die leute los geschrien haben und dann kurz gesagt habe ich eine kiste auf jemand fallen lassen und deswegen hat er nicht nicht bemerkt dass die abtrünnigen da die ganze lagerfeuer saßen meine erst taub und nicht blind und hast du genau wissen die pk's dass du probleme mit den ohren hast aber weißt du was zum glück wissen die pk's ich bin schwerhörig sie geben dann schreibtisch ob ich musste und britsch am ende vom lauer der meer geht du dafür mich in peter ich brauche einen erfolg ich belohne dich ich denke drüber nach danke machen die gefangene wohl eine recht hübsche wird in einem schuppen in der nähe des flaggenturms festgehalten ich warte beim windrad am ufer gegenüber findet er dann auch das windrad wenn das nicht hören kann noch mal bitte and action ja in dieser welt hier und wille da musst du wirklich mit allen möglichen rennen und ich dachte in haran gab es nur so wo müssen wir jetzt hin hemmstoffbehälter erkannt also da drüben in der militärbasis da würde ich jetzt aber jetzt nicht hin es ist tag und tag habe ich schon gesagt tag ja aber ich bin eben noch nicht ernst ja ja fox was aber auf jeden fall ich was wirklich gemein ist ich habe ja also dieses heißt das ja apartment von tech land gefunden nach einer bestimmten mission kann man ja von einem sehr großen dach ich würde jetzt nicht sagen welche mission das war um die das nicht vorweg zu nehmen aber konnte es von einem sehr großen gebäude unter springen und dann im gleitschirm rüber und ja dann bin ich auf einem gebäude gelandet wo man stromkabel verlegen was okay musste habe zwei anlaufe gebraucht weil ich wusste wo ich genau hin muss man sieht das ja so schlecht und dann habe ich das links gefunden und dann hat man was besonderes gefunden wo man die wachen immer wieder mit und talisman reparieren kann und dass sie dann wieder volle stärke hat ja das ist dieses teil hier das moment du modifizierst das und dann setzt du das hier unten kannst du ein talisman das nennt sich korrek oder korrek oder wie das ding heißt und damit wird die waffe immer wieder repariert wenn das jetzt hier haltbarkeit ist jetzt auf zwölften drunter und das kannst du immer wieder reparieren ja und jetzt nach dem update also du siehst ja da die energieleiste wird wieder voll wenn das dann wieder an und jetzt brauchst du 666 teile und das zu reparieren das haben sie jetzt geändert mit dem heutigen update das ist so gemein dabei war die waffe echt ich habe echt super gewesen die hat sowas von schaden gemacht top shop und ja nun kann ich nicht wieder reparieren ohne 666 teile zu haben und ich habe jetzt erst mal 168 teile das ist so gerade also wenn du das irgendwann mal spielen solltest wenn du zeit hast und so und ich das und ich das schon irgendwie durch habe oder auch nicht ich weiß es ja nicht ich würde dir als korbpartner gerne zur verfügung stehen dann nur dass du bescheid weiß jetzt klappt das ja mit dem korb ja auch ohne probleme es gab ja auch mit mit vor diesem update ja immer nur dass das das verbindung abbruch oder das mission nicht im korb durchführen sondern also war es eigentlich gar nicht so blöd damit noch zu warten ich muss sagen ich habe das jetzt als solospieler nur ein absturz gehabt im gesamten spiel und das bild manchmal geplackert hat am anfang aber sonst alles in ordnung ja kannst du gerne machen qualitätswaren bist du sicher dass du qualitätswaren hast und nicht nur schrotter kreischt mit dem update hier haben sie auch hier alte smartphones eingewirkt die du dann verkaufen kannst haben jeweils 600 da kann ich dir sagen hier oben alles hier was unter dem rubrik verschiedenes ist kannst du bedenkenlos verkaufen damit du geld bekommst alles hier was du an ressourcen hast solltest du nicht verkaufen weil du die zum kraften brauchst also alles hier oben kannst du bedenkenlos verkaufen da habe ich auch erst gedacht na muss man die alle beiden aber die kannst du hier verkaufen ist nichts bekannt dass man die irgendwie braucht weil die tauchen nicht in den sachen auf die du für kraften benutzt die sehen nur als verkauf um eben geld zu machen meisten bringen natürlich kristalle und eben die smartphones eben sehr viel hier diese kristall grüner kristall bringt 300 und eben hier weiße nur 200 und die anderen bringen sogar 600 noch ja dann bestellt er noch eine scharfe pepperoni pizza wenn du scharf bist und natürlich kannst du auch hier deine sachen hier deine klamotten sieht man dann auch wenn du jetzt eigene parts dann auch ja auswärts natürlich würde ich die wären natürlich die sachen die schwächer sind natürlich zu verkommen würden die ja sowieso nichts bringen dann wir haben jetzt level 9 sachen an also brauchst du level 6 und so gar nicht weil der einige trophäen wenn du wenn man jetzt alle platin haben schafft ja sowieso nur im koop weil du einige sachen nur im koop freigeschaltet bekommst also was trophäen angehen das kann weg hast du dir das von dead space angeguckt im nachhinein also das sieht ja schon echt geil aus oder und wir haben jetzt auch gesagt dass das ganze im frühjahr 2023 erscheinen wird das ist echt nicht gedacht dass das schon gut dass es mit dieses jahr nichts werden wird das war ja irgendwie klar aber dass es schon anfang nächsten jahres kommt ich hoffe die übernehmen sich nicht die sollen sich ruhig zeit lassen wäre auch nicht schlimm wenn sie wenn sie das am herbst nächsten jahres rausbringen würde ich meine wir wissen ja noch nicht mal waren wenn links hier raus kommt hier wie heißt hat du weißt schon was ich meine dass hier ist protokoll da kalisto protokoll oder das heißt dass das steht ja auch noch an da wissen wir auch nicht wann das rauskommt so die münzen ach so du bist ja erst gerade von der arbeit und habe gedacht du bist schon etwas länger zu hause es ist ja kein problem wir haben auch sound effekte und alles mögliche zeit wie die vergleich zu dem original zu dem remake jetzt klingen wie isaac jetzt kommentare abgibt ihr original ja nicht gemacht hat in bestimmten situationen auch wie shit das ist heavy oder oh my god was also was ist hier passiert und alles mögliche solche kommentare gibt dann ab wenn in bestimmten situationen und das ist richtig nice dann wollen wir mal weitermachen wir wollten ja noch ja diese mission enden wo war das jetzt noch mal ja da drüben war das ja noch mal bitte genau machen wir jetzt auch was geht's das ja ja jetzt ja ja Bis zum nächsten Mal.